hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten video heute werfen wir einen genaueren blick auf das apple 2022 10,9 zoll ipad in blau 10 generation dieses ipad ist nicht nur ein hingucker sondern bietet auch eine beeindruckende leistung und viele nützliche funktionen bleibt dran um herauszufinden warum dieses tablet eine großartige wahl sein könnte beginnen wir mit dem display das 10,9 zoll liquid retina display mit true tone technologie liefert gestochen scharfe bilder und lebendige farben egal ob ihr videos schaut spiele spielt oder arbeitet das display wird euch nicht enttäuschen unter der haube haben wir den a14 bionic chip mit einer 6 core cpu und einer 4 core gpu das bedeutet blitzschnelle leistung und flüssiges multitasking apps starten sofort und selbst bei intensiver nutzung bleibt das ipad kühl und reaktionsschnell die kameras sind ebenfalls beeindruckend die 12 mp weitwinkel rückkamera und die 12 mp ultra weitwinkel frontkamera mit folgemodus sorgen für großartige fotos und videos besonders die frontkamera ist ideal für video anrufe und selfies sicherheit ist natürlich auch ein thema mit touch idee könnt ihr das ipad sicher entsperren und apple pay nutzen der usbc anschluss ermöglicht schnelles aufladen und die verbindung mit verschiedenen zubehör und mit wifi 6 bleibt ihr immer schnell und zuverlässig verbunden die akkulaufzeit ist ein weiteres highlight ihr könnt das ipad den ganzen tag nutzen ohne euch sorgen machen zu müssen dass der akku leer wird perfekt für unterwegs das ipad ist kompatibel mit dem apple pencil der ersten generation und dem magic keyboard folio was es zu einem vielseitigen werkzeug für kreative und produktive macht mit ipad os 16 bekommt ihr zudem leistungsstärke neue features für produktivität und zusammenarbeit schauen wir uns nun einige nutzerbewertungen an sven ochsenbauer schreibt ich bin vom apple 2022 10,9 zoll ipad in blau total begeistert das display ist super scharf und die farben sind kräftig die geschwindigkeit ist spitze die apps starten blitzschnell und selbst wenn mehrere gleichzeitig offen sind läuft alles problemlos flüssig der 64 gb speicher reicht locker für meine zwecke die akkulaufzeit ist spitzenmäßig man kommt locker über den ganzen tag auch wenn das ipad viel benutzt wird das design ist wie immer bei apple überragend schick und hochwertig das ipad ist leicht und robust zugleich was es zum perfekten begleiter macht und die blaue farbe sieht echt edel aus ich bin mit meinem ipad total zufrieden und würde das ipad jedem empfehlen der ein starkes und vielseitiges tablet sucht perfekt als werkzeug für den privaten gebrauch und die arbeit ein echtes highlight jan parosel ergänzt die verarbeitungsqualität dieses ipads ist hervorragend apple hat mit diesem modell seine hohen standards beibehalten und bietet ein gerät das sich robust und hochwertig anfühlt das schlanke aluminium gehäuse ist sowohl stilvoll als auch langlebig und sorgt dafür dass das ipad dem täglichen gebrauch standhält und dabei immer noch großartig aussieht ein großer vorteil eines apple produkts ist der zugriff auf den apple store das ökosystem ist nahtlos und bietet eine vielzahl von apps die für das ipad optimiert sind und sowohl die produktivität als auch das unterhaltungs erlebnis verbessern die integration von hardware und software ist hervorragend was das nutzer erlebnis flüssig und intuitiv macht der aktuelle preis dieses ipads ist sehr angemessen besonders für diejenigen die keine schwitzenleistung benötigen es bietet eine ausgezeichnete balance zwischen kosten und funktionalität und liefert genügend leistung für alltägliche aufgaben wie surfen streaming und leichte produktivitätsarbeit ohne das budget zu sprengen zusammenfassend lässt sich sagen dass das apple 2022 10,9 zoll ipad eine fantastische wahl für jeden ist der ein hochwertiges tablet mit einem großartigen preis leistungsverhältnis sucht die hervorragende verarbeitungsqualität die nahtlose software integration und der attraktive preis machen es zu einer lohnenden investition abschließend lässt sich sagen dass das apple 2022 10,9 zoll ipad in blau der zehnte generation ein beeindruckendes gerät ist das sowohl in sachen leistung als auch design überzeugt es ist vielseitig einsetzbar sei es für arbeit studium oder unterhaltung wenn ihr auf der suche nach einem zuverlässigen und leistungsstarken tablet zeit dann ist dieses ipad definitiv eine überlegung wert klickt auf den link in der video beschreibung um mehr zu erfahren und euer eigenes ipad zu bestellen vergesst nicht den kanal zu abonnieren und die glocke zu aktivieren um keine weiteren reviews zu verpassen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal